So, jetzt brauche ich mich noch mal an die Hände. Hier haben wir jetzt schon, 2040, hey! Wer geht groß diesen Moment an? Besser kann es nicht sein. Denk an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lange vor der unsreben schon teil. Hier geht jeder für jeden fürs Feuer. Im Leben stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen nur scheuern, wird es auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns geht. Dass es das Beste für uns geht. Ein Hoch auf das, was uns weint. Auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns. Was heißt das? Auf dieses Leben. Auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns. Auf jetzt und ewig. Auf einen Tag. Unendlichkeit.